Super, dann muss ich jetzt nur noch, äh... Wie, wir streamen? Jetzt darf ich nichts mehr Böses sagen? Nee, das ist jetzt leider zu spät. Du hattest gerade eine Chance. Ähm, wir machen das jetzt so. Wir werden jetzt noch so ungefähr 20 Sekunden lang trinke ich hier noch meinen Ginger Ale in Ruhe aus. Kann ja sein, dass einer Werbung hat, ja? Haha, ich hab das, was du hast, nur ohne Ale. Echt? Ich hab auch noch ein Ginger Beer im Kühlschrank. Ich hab alles mit Ginger. Geil. Oder hast du eine Rothaarige bei dir im Zimmer? Nein. Hätte ja sein können. Das würde viel zu sehr ablenken. Die hab ich eingesperrt in meinem Keller. Würde ich auch so machen. Also, ganz ehrlich. Oh mein Gott, wo ist Matt? Moment, ich wurde angestupft. Angestupft? Das würde das ab... äh, das zwischendulsche Klopfen aber dir erklären. Das zwischendulsche. Auch nice. Ja, das zwischendulsche. Das zwischendulsche Klopfen. So, hallo, guten Tag. Es ist 20 Uhr. Nein, es ist nicht, es ist 20.12 Uhr, aber das ist ja fast 20 Uhr. Ist schon mal früher als 22 Uhr. Ey, das ist einfach Delay, einfach, ne? Das ist halt... Ja, das ging eigentlich um 20 Uhr los. Wir spielen wie immer TTT. Flo kommt in anderthalb Stunden dazu. Der ist noch Buzi. Achso, und weil ich das noch nicht gesagt habe. Innocent. Äh. Moment. I don't believe you. Ja, ich auch. I don't believe you. Was ist tot? Alles. Ich habe einen Schuss gehört, das war sehr versächtig. Oh, irgendwer schießt hier rum, Digga. Digga, Alter. Das ist die Nummer, weil ich dich... Wenn du aufschießen, das macht mich nervös. Wer konnte mich eigentlich abschießen? Ja, es kann nur einer. Ja, Pinky, bist du mittlerweile mal unterwegs? Ich habe übrigens immer noch keine Hände. Oh, was ist das für ein Klingelton, Alter? Keine Ahnung. Ist das ein Screwdriver? Ja, sowieso. Handy aus hier, sag mal. Hier wird gespielt und nicht gehandied. Entschuldigung. Okay, ich weiß, wer es ist. Nein, ist es nicht. Willi, mir durchs Game. Geh weg, geh weg, geh weg. Lol. Ich weiß, wer es war. Ich weiß, wer es war. Ich habe es nur noch nicht leichter gefunden. Einfach aus Versehen Steve getötet. Ey, warte mal. Ja. Hat Ricky Dick gerade einfach Steve getötet? Was geht denn bei euch ab? Warum tötet ihr alle? Weil es war es mal. So, ich habe jetzt Paffa umgebracht, ja? Der war es nicht toll. Schöne, lass mal. Oh, noch. Ich gucke mich jetzt auch auf den Zerbauter und habe jetzt hier gerichtet. Ja, das leider tut. Wunderschön. Das ist doch fett. Das ist doch nicht hier. Hä, lol. Ich höre zumindest schon mal Schüsse. Was ein dummer Scheiß. Hä? Dein Aiming ist wie immer super. Aber ey, ihr seht doch, dass ich da hinziele, oder? Ja. Nein, wir sehen nicht, wo du hinkriegst. Hä? Es gibt, es gibt eine Stummfunktion. Da kannst du ja von Stumm schalten und trotzdem sehen, was da passiert. Ja, kann mir mal bitte einer erklären? Tut mir leid, ich mach's euch. Wie krass kann denn diese PSG verziehen? Also der Chat, der Stream hat es ja gerade gesehen. Snappy war die letzte, die am Leben war und hätte eigentlich tot sein müssen. Hör auf zu hüpfen. Ja, aber bestimmte Waffen kannst du halt nicht auf die Entfernung benutzen. Ja, aber Alter, das ist doch eine Art Scharfschützengewehr, oder? Habe ich mich da, habe ich das falsch verstanden? Keine Ahnung, den kenne ich auch nicht. Was war das? Hör auf jetzt mit, es wird falsch gemacht. Das macht mir von Angst, dass ich keine Ahnung habe. Das ist doch voll dumm so, das wäre doch jetzt meine Runde gewesen. Bescheuerter, kackmist, dreckige, dreckige... Oh, das ist mit denen keine Hände haben, ist echt merkwürdig. So, wir sind acht Leute, geil. Sind wir endlich? Pinky, du hast es geschafft. Herzlich willkommen, Pinky. Na, ich hab's auch gerade geschafft. Waffenbettchen, das ist richtig. Doppel-Trade. Oh, hier ist Detective. Oh, natürlich bist du wieder Detective, Alter. Ey, ich bin Detective. Normalerweise bin ich am Anfang dreimal hintereinander Traitor. Auch wieder wahr? Nein, du bist immer Detective. Nee, nee, eigentlich ist immer... Nein, ich bin immer Traitor. Weiß jemand, wie die Traitor-Falle hier funktioniert auf der Map? Was wird gar nicht. Warum ist es jedes Mal anders? Jetzt kann ich die machen. Pinky, du bist so doof, wirklich. Ich hab mal Pinky erschossen. Die hat nämlich gerade einfach... Ah, ich hatte schossen, ich hatte schossen. Ey, geil. Nice. Was war das denn gerade für den Ding? Alter, Pinky, sag mal, wie offensichtlich kann man denn auf Leute schießen? Paul, der hat dann gerade... Wen hab ich da eigentlich gerade getötet? Wuhu, hat er getötet. Hat die Typen geschossen, während ich hinter dir stand. Ja, das hat Pinky auch gemacht. So gut. Aber wieso? Ich hab... Ich muss mich lieber bewegen. Ich hab einmal auf die Maus geflickt und du warst tot. Super ey, ihr seid alle so eine Profis, wirklich unglaublich. Ich möchte einmal meine Profis zusammen. Oh, danke. Du nicht, Steve. Du hast mich gerade nicht gekriegt, obwohl ich halbtot war. Ja, ich hab auch nicht wirklich ernst jetzt auf dich geschossen. Ja, das würde ich auch sagen, dass du nicht ernst auf mich geschossen hast. So, ich mach nochmal. Weiß jemand, was die... Was die Dinge jetzt hier, kann die Traitor-Falle? Kacken. Welche Traitor-Falle? Was ist denn der Traitor-Falle? Es gab unten... Ich war ja in der ersten Runde Traitor. Es gibt unten so einen... Ich weiß nicht mal mehr wo. Unten am Rand, glaube ich. Ach, das ist ein Traitor-Raum. Ach, das ist ein Traitor-Raum? Ich hab keine... Ich weiß von nix. Mein Name ist Tarek. Ich weiß von nix. Frodo, frodo, versuchst doch mal in der Runde. Hallo. Ich weiß nicht mal mehr, wo es ist. Hier ist Melioda. Und hinter mir steht auch wer. Ah, der Detective. Super. Da fühl ich mich sicher. Detektiv, lauf doch nicht vor mir, Detektiv. Es buggt bei mir immer rum, wenn ich da rüber laufe. Ich auch. Sieht man das, Fabi? Ach, nee, sieht man nicht. Sieht man, also sieht nicht, dass es rumbackt. Ach so, die Traitor-Falle ist übrigens hier, an dieser Ecke. Oh, der Dampfapparat. Ich hörte Schosse. Geschosse. Hier hat Worte geschossen. Könntest du das Spiel leiser machen, wenn du schießt, tut das verdammt weh. Ja, kann ich. Weil es gerade so klingt. Wenn mich jemand nicht erschießen würde, wäre das super. Ich muss mal kurz hier in die Options gehen. Ja, bla, bla, bla. Wie oft hat die Kongfiri schon geguckt? Immer noch nicht, ey. Ich komme einfach nicht zu. Immer noch nicht eine halbe Stunde Zeit haben. Ich habe es schon dreimal gesehen. Ganz kurz, alle mal kurz ruhig, bitte. Lieber Chat. Ja, ich habe ihn noch mal angeguckt. Hey, hey, pscht. Ich muss da mal was testen. Lieber Chat, ich schieße jetzt mal testweise. Wie ist das? War das gut? Angenehm. Ich hätte gerade voll den Headshot verpasst. Ey, Dinoso, warum bist du denn verwundet? Wer hat dich erschossen? Ich bin gerade vom Turm gefallen. Warum tust du so was? Also ich selber, weil ich es kann. Heute spielen Frodo, Snappy, Steve, Rick, Miljoda und drei Leute aus der Community. Flood, kommt 22 Uhr dazu. Imre, du bist krass, Alter. Oh, ich habe die, hier ist die Traitor Check Machine. Traitor Check Machine. Ich gehe lieber in mein Haus rein. Zum Beispiel dieses. Hier kommt man gar nicht rein. Hier, diese Traitor Check Machine. Weißt du, wie das klingt? Das klingt wie ein Abbauteil von zurück in die Zukunft. Alter, hier hat einer Minecraft Steve erschossen. Zweimal. Oh mein Gott, und sie haben Sex. Wer ist denn da? Hallo? Hallo. Wer guckt das Glas? Ich. Ich gucke durch das Glas. Oh, ist das geil. Nappy, warum bist du gut? Steve, warte, Steve, kannst du bitte auf den anderen Steve gehen? Kontrolliert aber mal das Rappi. Äh, hier, wer ist es? Oh Gott, wie der mich achte. Ich darf das, ich darf das nicht touchen. Hier müssen drei Personen drin sein. EOD, alles klar. Na, komm mal mit, Crowbar Girl. Crowbar Girl. Ich habe so ein Verdacht, wer es ist. Jetzt die Frodo Musik App. Ja, komm, Miljoda. Lass uns die Traitor Machine ausprobieren, obwohl wir nur zu zweit sind. Ich habe Confury nicht geguckt, aber ich denke, dass 30 Minuten die perfekte Zeit für diesen Film ist. Ich glaube, wenn der länger wäre, würde der kack sein. Irgendwas touchen. Das ist, glaube ich, echt gut, dass der einfach 30 Minuten so... Wow! Bad Girl ist bei mir. Gehst du bitte raus aus meinem Haus. Okay, wir brauchen drei Leute. Ich habe dich erschossen. Juhu! Nice, dann werde ich weiter mit meinem Magneto-Stick rumspielen. Lass uns jemanden suchen gehen. Snappy war übrigens Traitor und ich habe sie erschossen. Nice. Achso. Dann bist du bestimmt der andere Traitor. Alles andere macht keinen Sinn. Wow, nice. Glitch-Party. Teil 3-Spiel, das war so lustig. Leute, ihr spielt immer Teil 3. Oh nein, doch nicht. Das Teil 3-Spiel läuft immer. Das, huch, ich habe keine Ahnung mehr. Ja, das ist immer aktuell. Das ist the game. Ja, genau, weil irgendwer sagte, bitte das Teil 3-Spiel, das läuft halt immer. Das spielt man immer. Was, Nerdy Timber? Ist der da? Nerdy Timber! Hallo! Na, Herr Paul, wie geht's hier? Paul ist da. Wo, wo, wo? Na, im Chat. Wenn's denn der richtige Nerdy Timber ist. Achso, hallo, chat, Paul. Hallo, chat, Paul. Wir haben nur noch einen Traitor, wissen, also haben die Leute das mitgekriegt. Ja, ja. Quatscht alle dumm rum. Nö, nö, du hast vorhin Snappy erschossen und die war's. Also ich habe das Gefühl, dass es Melioda nicht ist, weil wir schon sehr lange unterwegs sind alleine. Also, Bad Girl und Virdopus sind hier bei mir. Das Ding ist, Bad Girl hätte mich vorhin holen können, ich war allein mit ihr im Raum und sie hatte eine Shotgun. Also, Melioda und ich sind halt ziemlich lange allein unterwegs gewesen, wir hätten uns beide erschießen können. Also, ähm, ich finde das toll, dass du sagst, dass ihr euch beide erschießen könntet. Ja, wir hätten uns beide erschießen können, aber wir haben's beide nicht getan. Oh, 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 oh. Warum wohl? Ich weiß, wer der Traitor ist, ich weiß, wer der Traitor ist. Wer denn? Wer denn? Also, warte, wer ist denn gerade oben auf dem Turm? Ich? Megmi-Pfaffa ist das nicht, der hat eben... Er sagt denn, dass ich... Ah, Pilopus, scheiße, ich habe doch den Traitor gerade in den Raum gehen sehen. Steve, wer ist denn da mit dir da oben? Links von dir im Turm? Äh, Pink, ne, Melioda jetzt, aber Melioda war die ganze Zeit mit mir unterwegs. Pinky, warst du's eventuell? Ja, ich glaube auch. Ja, Pinky war's. Ich probier's mal aus dem Weg. Lass uns Pinky probieren. Ja. Ja, sehr gut. Miep vor allen Dingen. In-in-insta-tot. Also, Frodo, du hattest die Freigabe vom Detective. Äh, wieso, sie war doch eh ein Traitor. Weiß ich. Oder? Sie war doch ein Traitor, ja. Uh. Ich wollte ja nur folgendes sagen. Spacerox, stream doch auch mal wieder. Hallo. Ach so, ja, irgendwann. Ja. Irgendwann mal so. Ey, wir können Witcher, wir können Witcher streamen. Wir spielen wir so oder so den ganzen Tag nur noch. Ihr meint, Twitcher. Ah. Ah. Oh, nein. Oh, Gott, nein, Frodo. Der war schweig. Der war so teils. Danke, vielen Dank. Alter, wo bin ich? Wo bin ich? Was? Wir sind tot, Leute. Schwebende Waffen, Schwebende Waffen. Wir haben Waffen, wir haben Waffen. Okay, Leute, nicht wundern, dass ich gedamaged bin. Ach so. Okay, ist ja eh prepared. Okay, gut. Nach dem Preparing geht es um. Das darfst du mir bei Dungeons sagen. Why I'm not the Traitor. I want to be the Traitor. Ich bin Detective, ich kann es gar nicht sein. Ich bin Detective. Und ich bin, ich würde jetzt mal sagen, ich bin Unisens, sonst wärst du jetzt ziemlich tot. Frodo ist bei mir. Ja, aber du hast so lange gelabert, ich hätte dich schon erschießen können, weil du die ganze Zeit gelabert hast. Ja, weil ich dich halt, hätte ich halt danach tot gemacht. Oh, laber. Ja, ja, warte mal ganz kurz. Warte, 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 ich will. Kann ich da reinschutzen? Nein, kannst du bestimmt, aber. Ich will eine andere Woche. Geh mal weg, Steve. Warte, weg, weg, weg. Ich will hier die Schocken, okay. Vielleicht ist er ja nicht. Jetzt können wir rübergehen. Ah, wer schießt? Ich hab doch gesagt, ich schießt, ich schießt, ob man TNT-Block zerschießen kann und wegsumiert. Kann man nicht, ich erschieß mal kurz dieses Huhn hier, ja, Steve? Ja, aber das ist doch schon tot. Nice, und jetzt ersäuft's auch noch. Double kill. Double kill. Ey, Detective, guck mal, hier in diesem Haus sind zwei tote Leichen. Oh, was? Tote Leichen, geil. Du kannst mir auch einfach hinterher geraten, dass ich hätte dich jetzt locker erschießen können hier drin. Was? Ja. Nicht erschrecken, Frodo erschießt, den Endermann. Oh. Oh, shit, der macht mir. Kannst du nicht erschießen? Du kannst sie nicht erschießen, aber du kannst reinlaufen. Oh, jetzt ist er weg. Oh, scheiße. Der sitzt oben in der Ecke. Ja, der steht jetzt irgendwo anders. Achso. Badgirl, es war richtig Badgirl, lalalala. Wir sind hinterher. Nanananana. Ich bin eben untergefallen. Badgirl, guck mal, ich hab auch eine Schrotflinte, Badgirl. Das ist realistisch. Lol, wer schießt? Wer ist auf dem Turm? Okay, ich hab Miola erschossen, aber sie ist in Nocense. Die Notso, die Notso. Wieso hat, wieso hat jetzt Fafa... Die Notso. Wieso hat der gerade... Weil sie sehr stark beschädigt war. Ich wurde angeschossen. Die Notso ist sehr verdächtig. Sag aus welcher Richtung und von wem, dann helfe ich dir. Von mir, aber ich bin innocent. Wow, wer schießt? Hast du die Schüsse auch gemacht? Ich hab Miola erschossen, weil er auf mich geschossen hat. Fertig. Frodo, hast du sie gehört? Frodo, lass uns zusammengehen. Ich guck hier links, aber... Bist du hinter mir, ist sie? Ja, lass uns zusammen. Ja, ich bin hinter dir. Ich bin übrigens innocent, auch wenn ich morde. Da oben ist Pinky, die es hört. Das passt sogar zu dir, das ist so schlimm. Ich bin nur leider gefallen. Ich bin einfach konsequent. Da oben steht Snappy. Snappy, ganz oben oder was? Ja, Snappy hat mich auch schon auf mich geschossen, wa? Alright! Alright! Ja, weil ich die letzte Wunde geschossen habe. Oha, was? Pinky, ganz klar. Ja, äh, bitte für das Bild, äh, auf der Ignition. Nicht dafür, also... Ich hab jetzt angefangen, ja für Bilder Geld zu nehmen, dann... Welcher Reich! Wie die amerikanischen Promis, die machen das auch nicht. Oh, Pinky ist voller Sprayer. Was soll das? Was hat ihr schon wieder gesprayt? Und wohin? Irgendwas. Zeig mal, Pinky. Zeig uns deinen Tag. Oh nein! Oh, Hentai! Schon wieder Brüste? Nice! Ey, das ist aber ein anderes Bild jetzt, ne? Aber es ist voll Hentai. Wow, wer schießt hier, wer schießt hier? Ich hab das Hentai erschossen, das war gruselig. Es braucht dein drittes Auge. Frag nicht warum. Was, wo, wo, wo? Wo bist du? Warte, ich muss... Was ist das für ne geile Lache, bitte? Guts! Ein drittes Auge! Oh, wie gut! Gut! Dritte Augen für Hentai! Oh nein! Ah, da ist es schon wieder! Huh! Huh! Das war knapp! Das war knapp! So, die Traitor sollten langsam mal hier... Das war knapp! Ah ne, da ist ein Traitor nicht schon tot? Ja! Oh Gott, da ist es schon wieder! Guts! Oh fuck, das war... Jetzt hat sie eine zweite Augenbrauch! Oh, ist das schön! Oh Gott, ist das schön! Hä, wer ist es? Bad Girl ist es! Die einfach mal durchmarschiert, ey! Hä, ich muss nachladen! Bad Girl ist es auf jeden Fall! Oh shit! Meine Hentai erlebt zumindest noch! Okay, gut! Was für ne Fieselache! Kann ich voll mit leben! Sau Evo! Versteh das? Ne? Hier war doch grad irgendwas! Teste es! Ey, wir sind auf nem russischen Server übrigens! Und hier ist ein Bild von nem Husky! Und von G-Man! Wow! Er ist ein Apfel! Wow! Wer liebt denn jetzt? Was ist denn ein schöner Husky? Das ist ein Apfel! Nein! Es ist ein Apfel! Ein Apfel! Wo ist Bad Girl? Kommt, Bad Girl! Ich werde dich töten! Ha, ha, ha! Schinke, ey! Ich habe die Bad Girl töten! Oh Mann! Weil sie nicht sehr inocent war. Kann ich wahrscheinlich das einzige Ding gefunden, von dem ich besit ergriffen kann. Ey, das heißt einzige! Oh, Terrorist! Oh nein! Wer hat geschossen? Das ist jetzt relativ witzlos! Das ist echt witzlos! Ohhhh! Nichts reden! Nichts reden!